So, hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online auf Seite der Föderation. Ich weiß, ich hab ewig auf mich warten lassen, es tut mir leid, es kommt nicht mehr vor, ich reiß mich jetzt wieder mehr zusammen. Ja, das letzte Mal haben wir hier mit Missionen hingeblieben, seitdem ist verdammt viel passiert, scheiße, hab ich lange nicht mehr gespielt. Nämlich, es gibt neue Romulana-Missionen, es gibt Delta-Recruiting und so weiter und so fort, wir haben jetzt viel, viel nachzuholen, deswegen rede ich auch so schnell die Haken. Nämlich, momentan läuft hier noch das Delta-Recruiting-Ding und wir, also da hab ich jetzt einen Delta-Recruiten, der inzwischen auch schon Level 50 ist, also das Event läuft auch schon eine Woche. Und da gibt es immer super Sonderbonus-Sachen für alle Charaktere, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber das werden wir jetzt herausfinden und wenn das so ist, haben wir da gleich einen guten Start in das Rufsystem, das wir ja noch überhaupt nicht angefangen haben. Ja, egal, es ist verplant wie immer. Aber bis das da ist, also ein paar Worte im Kopf kommt zu mir. Ja, also im Rufsystem-Marken. Ja, auf jeden Fall haben wir da schon mal einen kleinen Vorschuss und müssen da nicht so viel formen. Gut für euch, es ist nicht so langweilig für euch, gut für mich, ich muss nicht so viel einmal dasselbe machen. Ich muss nochmal schauen, was hab ich hier für fähig können. Ach ja, stimmt, ich hab hier noch das alte Kit. Eines der ganz alten Kits noch. Ach ja. So. Ach ja. War ich schon Veteran, als wir hier gemacht haben? Das letzte Mal? Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Hier, das ist doch der Veteranenkampfanzug. Aber da fehlt mir etwas ganz Wichtiges, nämlich... Wieso habe ich kein Feuerwerk? Oder habe ich das nur übersehen? Oh, tatsächlich, ich blende das dazwischen schon aus, weil... Ja, egal. Temporal Agent Clay. Ähm... Das ist hier noch verpackt, aber... Das ist dann alles, danke. Und hier... Ja, man kann es mit allem abholen. Sehr schön. Echt, doch, nehmen wir uns jetzt hier erst einmal alles ab. Dauert jetzt eine kleine Weile. Seht ihr dann auch schon, wie weit ich jetzt hier gekommen bin mit den Sachen. Das war übrigens mit einem Klingonen, mit dem ich das gemacht habe. Entsprechend seht ihr hier Dominienherrschaft, Klingone, Imperium, Klingone und so weiter. Na, ihr seht auch schon, da kommt verdammt viel gerade zusammen, was wir da alles kriegen. Vor allem auch die Lithium und alles Mögliche. Also insgesamt ist das hier gerade super. Das ist genau das, was wir brauchen. So, das haben wir schon mal. Und jetzt haben wir bekommen jede Menge die Lithium. Wir haben die Lithium, das wir nur in die Flotte packen können. Ähm... Und ganz viele Kisten mit Marken. Und hier... F&E Forschungsbonus. Die alten 20% mehr Forschungs-AP, bis wir insgesamt 2000 erhalten haben. Das verwenden wir dann auch gleich, weil... Wir hier noch ganz am Anfang stehen mit F&E. Hier, Kanonen sind wir jetzt gerade. Ich habe jetzt in Offscreen das schon mal gestartet mit Doffsachen. Neuerdings kann man ja immer drei starten. Da machen wir erstmal Kanonen fertig, weil wir fliegen hauptsächlich mit Kanonen. So, jetzt kommen die wichtigen Sachen. Nämlich Marken. Das ist erstes mal zehn Marken für irgendwas. Ähm, da würde ich sagen, dann nehmen wir jetzt die Marken, die wir... ...am langsamsten wahrscheinlich kriegen werden. Nämlich die, die wir nicht über irgendwelche Wartelisten so machen können, sondern... ...die irgendwie mit der Story verknüpft sind, weswegen ich die dann erstmal beiseite schiebe. Das wäre Dyson, Undinen, Delta. Ansonsten, Okara, das kann man über Christalfi, Borg, SDFs und Romulana-Marken, da kann man im Tau-Deva-Sektor. Aber hier die Sonderfangen wir mal mit Delta an. Dann nochmal Delta, da haben wir da schon mal 45. Dann einmal 100, da machen wir mal kurz und dienen. 200 für Dyson. Und 500 für... Ach, wisst ihr was? Da man Borg eh... Also da ich hier nicht so viel auf Schaden gehen werde, sondern mehr auf Defensive, werde ich mir da wahrscheinlich sowieso... ...einen Zweier-Borg-Set holen. Also entsprechend können wir da auch die Omega-Marken nehmen, da brauchen wir da nicht so viel Farmen. So, das hätten wir damit auch abgeholt. Damit wäre alles abgeholt. Haben wir jetzt hier auch viel Bastelkram bekommen, den ich aber nicht machen werde. Ich werde mit diesem Charakter eh niemals so weit kommen, dass ich mir da irgendwas bauen kann. So, ich lande dann alles in der Tauschbörse. Und ja, dann haben wir auch wieder etwas Geld. Und erstmal hier in die Flotte schauen, wo wir jetzt unser Delizium und Flotten machen. Naja, Delizium nicht, aber unsere... Doch, Delizium, das Flotten Delizium losenden können. Jetzt zum Beispiel. Oder aber, ich glaube, da war doch was. Okay, ist inzwischen voll. Mein Hauptcharakter habe ich da für einen noch reingemacht. Ah, hier, diplomatisch wird aufgewertet. Da machen wir hier mal. Aber jetzt hier 8000 Delizium, das ist unser Delizium für alles. Und 5000 Delizium-Gutscheine, das ist nur für Flotte. Und da zahlen wir jetzt nur die ein. Weil das andere Blas brauchen wir für Ruf. Na komm, auf die 164 kommt es auch nicht an. So. Schon haben wir hier auch mal etwas mehr Flottenquedits. Das ist immer noch so gut wie nichts, aber es ist schon mal etwas. So, das war das. Dann, bevor wir irgendetwas anderes machen, gehen wir erstmal zur Bank, Tauschbörse und holen uns Fördermarken ab. Ich weiß nicht, inwieweit ich schon Fördermarken abgeholt habe. Ich hatte mal, welche ganzen Schwung für meine Let's Play-Charaktere gemacht. Aber, bin mir nicht sicher, ob ich die schon gemacht habe. Hier können wir schon mal ein Projekt einreihen. Dann sehen wir, die habe ich noch nicht gemacht. Hierbei ist schon eingereiht. Da können wir dann gleich das erste starten. Hierbei ist schon eingereiht. Da können wir dann das erste starten, wenn ich mir Rumlanemarken geholt hätte. Aber ihr könnt schon mal einzahlen. Oh Gott, ich habe nur 30.000. So, Nukara, rein wir gleich ein. Und... So, jetzt sehen wir auch mehr. Wo ist das für doppelte XP? Ach, habe ich schon. Okay. Dann können wir hier auch gleich das starten, so weit wie es uns gerade möglich ist. Omega habe ich hier... 5000 habe ich schon gemacht. Sehr schön. Ich bin stolz auf mein Vergangenheits-Ager. Das hat schon viel erledigt. Tab und Tab. Und undinen haben wir... 5000 haben wir auch schon. Welche waren das jetzt, die uns fehlen? Das war... Delta? Delta habe ich eins sogar. Das weiß ich. Ach, nur doch Delta. Ach. Schön. Sehr schön. Das ist Perfetto Mundo. Denn ich habe... Was ist hier in der Kiste? Ich ziehe alles Rüstung des Typ 6 Shuttle nachher. Typ 10. Hey, ich habe hier noch... Als ich mit Avalona, also mit meinem Hauptcharakter, auf Delta 5 bekommen habe, da kriegt man immer ganz viele Marken geschenkt, da habe ich mir von den Marken, Fördermarken für meine anderen Charaktere gemacht. Entsprechend... Blub, blub. Und entsprechend dann hier auf Start. Und hier Start. Das Ding wieder klein. Die Dyson Box geöffnet wird. Da haben wir eine Bodenwaffe bekommen. Hat jetzt eigentlich auf eine Raumwaffe gehofft, oder Konsole, weil die kann... Ist ja nichts... Äh, sind nicht gut. Die kann man dann gleich wieder verkaufen, aber gut. So, und dann... Material. Ja, man sieht, dass ich Klingone unterwegs soll. Das sind die Klingon-Spielzeichen. Äh, Preis... Aufsteigen, Preis pro Stück. Schauen wir erstmal nach Z-Partikeln, was die gerade Preis pro Stück bringen. 47.000. Wir haben sechs Stück. Also... Komm, Taschenrechner 4, 6 mal 7. Deine hat 22.000. Na, komm, Maustur, was du sollst. 122.000 einstellen. Oh Gott, meine Frame-Rate kackt gerade ab. Ähm... Robidium. 23.000. 23 mal 13. Ist gleich 299.000. 299.000. Ähm... Argonit-Gas. 157.000. Uh... 1, 2, 7 mal 4. 628.000. 628.000. Ähm... Dentarium. Oder ist das erste schon verkauft? Für 15.000. So wenig nur Dentarium. Ach ja, stimmt. Das gibt's aus dem Baugboden-STFs. Deswegen... 15.000 mal... 460.000 insgesamt. Oder 15.000, ja. 60.000. Ach, das hätte ich mir auch im Kopf ausrechnen können. 2 mal 15 sind 30. 2 mal 30 sind 60. Ich ach, aga. Ähm... Und dann schauen wir bei den Komponenten. Ja, das ist immer das Problem mit mir. Ich bin zufeilig. Ach so, das geht grad für 800. Das wäre dann 800. 2.600. 2.400. Also verkaufe ich jetzt 2.300. 2.300. Jetzt ist hier mein Ehrgeiz geweckt. Jetzt will ich das so ausrechnen. Ähm... Die bringen... 94.000. Da... Ist mein Kopf rechnen nicht gut genug. 94 mal 3. 282. So, ach, 2.0. Ah, ich rechne da immer schon in 1.000 an. Oh, das hier ist immer 2. Ähm... 111. 222.000. 222. Das geht doch gerade ganz flott. Ähm... 4.000. 4.812. Lupp. Und was haben wir hier? Hier haben wir 80.000. Hm. Die beiden kaufen wir jetzt auf. Weil die nächsten sind bei 105.000. Das heißt, da haben wir jetzt insgesamt einen Gewinn nochmal von 40.000. Wenn wir die jetzt für 100.000 verkaufen. Was wir auch machen werden, aber kosten die insgesamt 400.000. Ja, scheiße, das war jetzt eine minimale Marktmanipulation. Tut mir leid. Ähm... Das heißt, da haben wir alle 20.000. Okay. Dann verkaufen wir den für 19.000. Ähm... Dann wieder Komponenten. Das Ding können wir auch hier reinmachen. Die Fokuslinze bringt 10.000. Da verkaufen wir die für 9.000. Und die Industrie-Replikator-Vorräte 9.500. Das sind 9.000. Das sind dann 18.000. Das sind dann 36.000. 36.000. So. Damit haben wir schon wieder 473.000. Yay! So, was haben wir hier? Die Komponenten, Z-Partikel und das Rubidium. Los geworden gleich. Top, top, top. Und jetzt können wir wieder im Ruf die Projekte, die wir gerade angefangen haben, zu Ende bringen. Ähm, nämlich einmal das hier. Das läuft schon. Einmal das nicht. Das hier aber. Damals war dann voll, aber nach hinten haben wir da was drin. Boah, können wir. Und und dienen können wir. So, da haben wir schon mal angefangen. Habt ihr, top. Kästen geöffnet. Sind alles Bodenwaffen. Hier ist nichts Neues. Das ist nur Dingsbums. Ähm, gut. Dann schauen wir mal mit den Bodenwaffen, die wir gerade bekommen haben. Nämlich das Mausrad. Na. So. Ob wir davon etwas gebrauchen können. Ähm, 153, 133 oder 30, 188, ich glaube, die können wir auf jeden Fall gebaut. Ich satiremäßig gerade nur mal kurz. So, und jetzt vergleichen wir. Ähm, 133 im Vergleich zu 120. Definitiv besser. Also, AT1, Anti. Wir haben 120, 114, 130. So. Ähm, 115, 14, 120. Dann kriegt sie das hier. Ähm, wo ist da? T-Suppe. Ja, T-Suppe war AT3. Ähm, 111, 14, 115, 8. Und zu guter Letzt haben wir unsere Terrorarm. 708, 114. 111, 108. Da kriegst du das 114 nach. So, wieder mal unsere insgesamt Schlagkraft auf dem Boden etwas verbessert. Ach, wenn das alles noch immer so flott und gut laufen würde. So. Das wäre damit auch erledigt. Jetzt zu den Missionen, die ich übrigens... Übrigens, die einen oder anderen werden wissen, wie lang die schon da sind. Ihr erinnert euch auch noch, als wir die Romlander-Storyline gemacht haben, bis die Wolter waren so verdammt viele, wo ich ja geschimpft habe und so weiter. Und jetzt haben sie es gekürzt. Und ich hab mir gesagt, ich spiele ich erst, wenn ich die Let's Played habe. Und mich schuckt es die ganze Zeit in den Fingern. Und jetzt ist es soweit. So, Kaiserin Sela lädt die Föderation ein, über einen formellen Waffenschlicht und Abkommen zu verhandeln. Auch die, auch verbergen diese Gespräche mit möglichst einem düsteren Plan, rufen wir es. Die hat mal zu nahe. Möglichst haben sie schon von der Tragödie auf Kito mehr geholt. Also gehört. Das ist jetzt verknüpft mit der romlanischen Storyline. Diejenigen, die dem krank zuschauen, werden die kennen. Möglichst haben sie schon von der Tragödie auf Kito mehr gehört. Kaiserin Sela hat versucht, die Konferenz mit einer Bombe zu unterbrechen. Zum Tod von Kommander Temer geführt hat. Jetzt bittet Sela, die Föderation, trotz des Umstandes, dass wir uns mit der Romulanischen Republik verbindet haben, eine politische Aussöhnung an. Sie hat Diplomaten der Föderation dazu eingeladen, sich mit ihrer Delegation in einen sicheren Bereich, in einer sicheren Basis am Rande der Neurentralen Zone zu treffen. Allerdings haben wir vor kurzem Informationen erhalten, dass Sela eine Flotte versammelt. Wir schicken sie mit der Friedensdelegation als Deckmantel, um Selas Aktivitäten genauer zu untersuchen. Wir befinden uns in einer heiklen Situation. Sie müssen versuchen, unauffällige Informationen über Selas Pläne zu erhalten, ohne die Friedensbemühungen zu zerstören oder Sela zu verärgern. Jedoch haben wir einen Agenten in ihrem Gefolge, der ihnen helfen wird. Ihrem Gefolge, also Selas Gefolge. Gehen sie ins Agrama-System mit dem Alpha-Zentauri-Sektor-Block. 17.000 Fähigkeitspunkte, das ist viel. Damit sind wir dann auch auf Level 51, sehr schön. Und, oh, Karriere. Sehr seltene Kid-Belohnung. Beladenes, blassener Scharfschützengewehr. Gut, das sehe ich schon, das ist nicht so gut, aber... 463, was macht unser Schild gerade? Viel weniger. Ich muss überlegen, entweder das Hit dann... Ah, nee, wir holen uns dann das Schild. So, das machen wir. Und Episoden, hat das ja nicht... Hat das ja nicht rumladen, tut mir leid. Transform, 29.000. Als 2900, ich habe es gerade nicht genau gesehen. Die Kata-Siana-Storyline schieben wir da jetzt einfach mal ein wenig nach hinten. Ich denke mal, da hat niemand von euch jetzt irgendwas dagegen, weil... Die Missionen sind neue und das bedeutet bei Cryptic besser, so arm das auch klingen mag. Aber man merkt wirklich, wie alt eine Mission ist und ob sie mal überarbeitet wurde. So, und da ist es, die USS Antalor FG. So, und das erste Ding ist schon fertig. Yay! Ich habe mir zwischendurch noch einen Kaffee gemacht, bis es ihnen das etwas länger gedauert hat. So, dann können wir gleich neue... Diplomatie-Sachen starten. Wenn wir die Doffs dafür hätten. Ähm, ja... Gedöns, Aufträge, Leute, bitte Wettkämpfe in Elgarn-Kampferin. So. Und dann verhedeln wir noch kurz das Delizium, was wir nicht können. Ah, was mir gerade einfällt. Eigenschaften. Und dann verhören wir noch kurz das Delizium.